Wie erlaube ich WhatsApp-Zugriff auf meine Kontakte? Indem Sie Ihren Kontakten Zugriff auf WhatsApp gewähren, ermöglicht Ihnen die App, mit jedem zu kommunizieren, der in Ihren Kontakten gespeichert ist und ein WhatsApp-Konto hat. Menschen tun dies normalerweise zu dem Zweck, dass Sie mit einer bestimmten Person in Ihren Kontakten über WhatsApp in Kontakt bleiben und alle Arten von Dateien miteinander austauschen möchten. Geben Sie dazu die Einstellungen Ihres Telefons ein. Scrollen Sie etwas nach unten und klicken Sie auf die Option Apps. Suchen Sie im Suchfeld nach WhatsApp, um diese Anwendung anzuzeigen. Klick es an. Scrollen Sie etwas nach unten und klicken Sie auf Zugriff. Wie Sie sehen, ist hier der Begriff Kontakte aktiv. Dies bedeutet, dass diese Anwendung Zugriff auf Kontakte hat. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie den erforderlichen Zugriff gewähren und Ihre Vorteile nutzen, indem Sie darauf klicken. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Das ist einst waysktiv. ich gosh I